Hallo und herzlich willkommen hier bei birth of the play ich bin der Lutz und wir sind hier wieder bei Star Trek Armada 3 Call to Arms und jetzt lass mich mal ganz kurz checken Ja wir sind hier erst noch bei der Bombardierung von Mars denn wir sind in der letzten Folge ein Unfall passiert ich habe vergessen zu speichern Yep ist aber nicht so schlimm Was ist denn hier auch ein Aufklärung schon ist ja nicht so schlimm Zum Glück haben wir jetzt nicht sehr viel verloren nur ein paar Minuten es tut mir leid Wollen wir hoffen dass die Klingonen jetzt hier aus dem Arsch kommen dass da schnell kaputt machen Ach da ist ja wieder unser Gem Harda Freund aus der letzten Episode der hier einfach nur rumsteht und dann irgendwann wegfliegt Jungs macht den da mal kaputt macht das da mal weg Ja ja nee ihr Captain Schiffe bleibt bitte hier und macht den Planeten hier kaputt Während meine Kreuzer die sich mal um den Eindringling da oben kümmern Der da oben sein Leben schild Los schneller Ja der birth of prey rast hier natürlich nach vorn um sich die Beute zu holen Und nun zoomen wir da mal auf den rein Na gucken Der steht ja immer noch blöd rum Das Angriffsschiff Das ist ja unglaublich Jetzt bewegt es sich Auf und zu Das ist ja unglaublich Leichte Lacks gerade Ah könnte sich das diesmal hier etwas anders entwickeln Na gut Das Angriffsschiff ist jetzt futsch Da ist ne flotte Ich glaube die kam auch das letzte Mal schon ne Die zieht sich jetzt zurück hier Oh Jun Oh Die haben ne Defined gekapert Ist ja schon fast wie in Deep Space Nine Jo die ziehen sich jetzt also wieder zurück Alles klar Ach tja So Ach ja ich erinnere mich Das Dem Planeten muss ich ja erst noch Äh wo ist es denn hier ist es Das muss ich jetzt erstmal dafür noch erforschen So ihr bleibt jetzt hier Oh diese Lacks Was ist denn hier los Alter So heute ist nicht mein Tag Eben schon die Aufnahmen von der Raumschiffssammlung Wollt nicht so wie ich wollte Ach heute ist nicht mein Aufnahmetag Egal Konzentration ist hier drauf Ihr Kreuzerli fliegt schon mal vor Ach hör auf zu blöd zu lachen So Ah Ich will es bloß gerade überlegen Wir hatten hier noch eine Sternenbasis aufgebaut Glaube ich ne Eine Sternenbasis um Mars verteidigen zu können Ich sollte das Dominion nochmal auf Da runter los sagen Naja Wer ist denn der Mann der Anführer von diesem Geschwader Der geht mir auf den Sack Sie haben eine neue Waffe kreiert Ach so Das war immer Ach so Ja ich erinnere mich wieder Dafür musste ich ja jetzt erstmal den ganzen Scheiß hier abbrechen So Ah Die wollen was von mir Gucken wir doch gleich nochmal Ach ja ich erinnere mich Die wollten glaube ich von mir Ein Handelsabkommen Ne Ja Gut Die Stelle hier wieder Wieder Mit dem Damerkreuzer Yay Ja komm gut Gib auf Du hast eben halt schon Zeit Jetzt liegen die Capital Chiffe hier schon wieder los Ihr bleibt hier Bis Dings erobert ist Bis der Mass erobert ist So Damerkreuzer Wie geht es dir so Ja Klingt hier schon mal besser würde ich sagen Aber du wärst dich hier gerade ganz schön verzweifelt Ich hab so das Gefühl dass der Damerkreuzer Ich hab so das Gefühl dass der Damerkreuzer So So Thousand Separation Die Fähigkeit vom Raumschiff der Galaxie Wir haben den Disruptor Wir haben den Defektor-Strand Ich hab den Disruptor-Strand schon gesehen Anti-Matter-Spread also eine Materie ablassen Das ist interessant Aber jetzt ist er auf jeden Fall tot Haben wir jetzt endlich Mars? Ach kommt Leute Kommt LSMT Gibt's ja nicht Ja fast Fast durch die ganze Sache So Die Werft ist in den Eimer Bzw. die Na ja du auch Reparaturwerft Kommt ja auch selber hinaus So Jungs Nach da unten Ja ja Du mich auch hören Ähm Die Werft hätte ich jetzt einmal gerne Datei hätte ich jetzt einmal gerne Das hier Dann sind wir auch schon Out of Logistics Das hier Das hier Das hier So jetzt haben wir das alles abgesichert Jetzt gehen wir hier nochmal hin Jetzt haben wir noch ein paar Ressourcen Über um den Ganzen Bereich hier noch einmal mit Kanonen zu decken Kanonen, Kanonen, Kanonen Dich da hin Dich da hin Dich da hin Ich kann hier noch mehr aufbauen Okay Dich da hin Noch eine Alter Wetter Äh Ist jetzt bloß die Frage Ja komm Lass uns hier noch einen hinbauen Um dann Hier noch einen hinzubauen Um dann Da noch einen hinzubauen Alter Um dann da noch einen hinzubauen Alter Wetter Alter Wetter Okay Ich würde sagen Das ist ein bisschen besser geschützt Das System Als beim letzten Mal Also jetzt lass uns noch schnell hier den Frachter holen Jetzt den Frachter Den Constructor So Hier geht auch alles lockerflockig Hübsch hübsch Können wir uns jetzt bloß hoffen Dass das da jetzt Beim Mars alles schnell vonstatten geht Damit wir dann ganz schnell da noch die Basis aufbauen können Und dann Gucken wir mal gucken Was wir als nächstes machen Ich gebe dir zu Ich werde echt gerne mal zur Föderation fliegen Ich habe hier so das Gefühl Dass die im Arsch sind Irgendwie habe ich so das Gefühl Dass die nicht mehr existieren Ne Das werden wir gleich sehen Hm Hm Das Bombardement geht hier Vonstatten ohne Frage Ja Hör auf zu lachen Ach Mir geht gerade durch den Kopf Ich hätte hier Wartet mal Eine kann ich ja bestimmt noch abbrechen Genau So Dann kommt da nämlich noch eine Reparaturwerft hin Das darf ich nicht vergessen Jut Na ich denke mal Jut Wie sieht es hier aus Oh Schleppend Aber es geht voran Jut Dann lasst uns mal ganz kurz gucken Die anderen Rassen haben wir schon angefangen Halt Hier war das Genau Nach Artefakten Nach Artefakten zu suchen Dann tun wir das doch jetzt auch mal Oh Breen Schiff Defiant Eieiei Jetzt geht es schon wieder los Leute Dominion Flotte scheint zurück zu kommen Jungs Werdet ihr dann mal fertig Jetzt hier Danke Raus da Schnell Scheiße jetzt erstmal auf den Planeten So Gucken wir mal Oh die haben sogar zwei Defiance Drei Kälte Und so Okay greifen wir die Was ist jetzt Oh Ich sehe gerade Ich sehe gerade unangenehme Dinger Das war beim letzten Mal aber nicht so Oh da kommt Billion Ne Das ist diesmal ein Kreuzer Gut Wie sieht es jetzt hier aus Haben wir jetzt hier endlich mal Ne Halt Der Bautbar Fuck Okay Meine Flotte gegen die Dominion Flotte Oh Scheiße Die haben Sonar Verstärkung Das wird haarig Das hat jetzt haarig Ich habe bereits ein Schiff verloren Wo sind meine Capitage Schiffe Da oben sind sie endlich Das gibt es ja nicht Frachter bist du gebaut Ja Das ist ja jetzt sehr schön Dann können wir nämlich jetzt hier Die Sternbasis aufbauen Wir vergehen hier ganz schön heftig an Schiffen Mal ganz was gucken Ja ich sehe jetzt schon Wir können ein paar Carforts wieder gebrauchen Und noch ein paar Ktingas Gut Der letzte Mini ist jetzt ganz schön sauer Ja kann man so sagen würde ich mal sagen Station Konstruktion complete Nie halt das so als 1 zu 4 Weil Ganz gerne Ein paar mit Eis So Wollt euch jetzt mal den nach Obwohl halt der Ist fast tot hier Der Freuzolli Ist auch der Schlachtfreuzolli Kommt der muss sterben Der muss sterben Das ist doch mein Lieblingstum Wie das Schiff Aber das muss sterben Jawohl Sehr gut Wir sind das Capitage Schiff von denen Los So Jungs Jetzt Sehe ich gerade Dass ihr alle fast tot seid Ach du meine Fassern Oh toll Die haben Schiffe von mir übernommen Set Das Okay Leute Zieht euch mal zurück Zieht euch mal zurück Weil das hat jetzt hier gerade keinen Sinn Hör auf zu meckern Dagegen gerade mein Neck war glaube ich drauf Wartet wir müssen uns mal ganz kurz die Flotte neu bauen Alter finde Die kann mir jetzt aber überraschend Da mit einer Gewalt Die ich so schnell nicht aufhalten kann Scheiße Zieh dich zurück Okay ich verliere auch noch die Varcha Ich verliere Nein Ich verliere die Ravenous Zieht ihr euch jetzt zurück Ihr Pleppos Das merke ich gerade Dass du nicht verstehst Dass du dich zurückziehen Setzt Alter Ich will da rein So ein Spiel Danke Okay Ich werde hier wohl das System wieder voll Hierbei Hier ist nichts aufgebaut Klasse Läuft Läuft echt scheiße Gut Kern ist schon wieder da Das ist gut Oder auch nicht Je nachdem wie man es will Schein Klasse Ich sag doch heute ist nicht mein Tag Halt Ravenous erstmal Nicht gut Jetzt kommt da ein einzelner Kittinger und will sich hier durchkämpfen Wie niedlich Könnte man jetzt Wird immer hier die Geschütztarme fertigstellen Das wäre nicht schlecht Ja gut Okay Die Basis ist tot Die Basis ist tot Okay Ähm Noch ein Neck war Schein Kleist da Der will jetzt hier was von mir Auch Federation Winnetrade Allianz Nicht schlecht Ja ne Die Basis wird nicht überleben Ne Toll Von meiner ganzen Flotte Haben wir zwei Carfords überlebt Echt Wow Hat sich ja gelohnt Irgendwie nicht so ganz Scheiße Ja Erstmal sollte ich mich drauf Konzentrieren Schiffe zu bauen Neck war Neck war Ist jetzt auch Einsatzbereit So Ähm Sollte ich noch 7 Carfords haben Weil zwei von denen haben ja überlebt Fünf habe ich angefangen zu bauen Oh Die Basis ist fertig gebaut Ich bin ja baff Vielleicht könnte es der Planet doch noch schaffen Aber ich glaube es ist das hat keinen Sinn hier Darüber nachzudenken Dass da irgendwas überleben könnte Das hat keinen Sinn Autosave 8 Ja den kann ich jetzt eigentlich nicht hier brauchen Weil wie gesagt Das sieht nicht gut aus Hier auch gerade für uns Ähm Sind jetzt hier alle da Ich hoffe Ihr fliegt jetzt nach da oben Da wird immer noch Achso der Neck war Wird immer noch gebaut Ja was auch immer Ja was auch immer So hier lenkt man die jetzt mal ab Mit einer Flette von Beryl Ne Die Basis ist tot Das können wir vergessen Shit Fuck Oh Neue erste Flutter Ich brauche noch ein paar mehr Kiting Das würde ich sagen Äh Warte mal Wie viele haben wir Fünf Dann können wir hier zehn draus machen Und der Rest der Kohle fließt in die Produktion von Quartz Na Quartz wie auch immer Ja die Basis war dann mal einmal umsonst gebaut Mist Misty Mist Mist Ja fliegt da mal hoch Ja da bringt die hier noch mehr Verstärkungen Ach meine Fresse Ist die Battlestation also lost Ich habe gerade ganz andere Probleme am Arsch Warte mal Ihr könnt da bauen Ihr müsst bloß den Willen dazu haben Doch Vielleicht noch ein Geschütztürmli Ja mir geht es jetzt erstmal bloß darum ganz schnell die Sektoren hier zu sichern Weil Datta ist verloren Datta das war mal der Mars Shit Nee die Musik hilft da jetzt auch gerade nicht dabei Mein Klingon beim sterben zuzusehen Ah jetzt geht diese Scheiße wieder los Dieser blöde Stellungskrieg Solange bis der Computer sich entscheidet Aufzugeben oder so Nein Quatsch Aufgeben tun die jetzt garantiert nicht Ich bin es gerade am überlegen Wir bringen jetzt erstmal die Flötter hier hin So Dann werden sich meine neuen Capitad Schiffe jetzt der Flötter Hier anschließen Beziehungsweise Halt da ist noch einer Beziehungsweise da anschließen Bloß die Ressourcen habe ich gerade nicht Ich habe jetzt eben überlegt Man könnte vielleicht noch eine zweite Werft bauen Schiffswerft habe ich jetzt gerade gesagt Ich bin gerade mich am Tod ärgern Aber na gut Leute Ich würde sagen Den Albtraum gucken wir uns dann in der nächsten Folge weiter an Bis dahin Schausen Wah, 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 wah Bis zum nächsten Mal.